Der günstigste Kastenwagen aller Zeiten 29.990 Euro inklusive Klimaserie. Das Ganze auf Citroën und der ist jetzt ein bisschen voller gepackt. Der ist auch deutlich ein bisschen über 30.000 Euro. Das ist der absolute Hammer. Der Sunny 540 und mal ganz ehrlich für das Geld, da gibt es noch nicht mal einen Selbstausbau oder irgendwas. Und der hier kostet, wie er hier steht, 32.690 Euro neu. Ja, ich kann es gar nicht fassen. Und wie gesagt, 29.990 Euro. Die Leute rennen hier rein und raus. Also es gibt ein riesen Interesse für dieses Auto. Ja, wir gehen am besten mal kurz rein. Du stehst mal hier drin, du sicherst mal ganz kurz das Auto. Ich gehe mal drum rum, zeige mal. Es sind sogar Türen mit dabei bei dem Preis. Und ein Bett ist dabei, ein riesen Stauraum ist mit dabei. Okay, 29.990 Euro für einen ausgebauten Campervan. Das ist unglaublich, ja. Also es ist wirklich unglaublich umlagert. Ganz großer Stauraum hier mit dabei. Das Ganze auch ordentlich isoliert, wie man sieht. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Hey, ein Kühlschrank ist auch dabei von Dometic. Ein Kompressorkühlschrank. Krass. Von beiden Seiten zu öffnen, oder? Von beiden Seiten zu öffnen, der da ist. Und dann hast du, ich komme über den Preis nicht weg, 29.990 Euro. Dann hast du eine Toilette mit dabei, eine Duschkabine mit einer Tedford-Kassettentoilette mit drin. Die sogar richtig groß ist. Ja, richtig groß. Also perfekt für meine Beine auch. Ja, das Fahrerhaus hier oben hast du noch Ablagen mit drin. Du hast ein Bedienfeld hier von Clever mit dabei. Von CBE. Kennt man ja schon. Auch in den ganz großen Fahrzeugen, namhaft. Dann das Basisfahrzeug mit Klimaanlage, Schaltgetriebe, Sechsgang von Citroën. Ja. Das läuft sogar noch gut, ja. Wenn du mal gerade nochmal aufmachst und zumachst, ist es vollkommen problemlos. Es geht auf und zu. Waschbecken ist mit dabei. So, das kann man natürlich auch als Dusche haben, wenn man das möchte. Spiegelchen. Kannst du rausholen. Ja, kannst du rausholen, kannst dich duschen. Licht ist mit drin. Sitzgruppe. Du kannst ruhig mal reingehen. Also wir reden hier über ein Auto, 5,40 Meter. Das heißt, du kommst da mit üblicherweise noch auf jeden Parkplatz mit drauf. Ja, hast richtig Platz. Wir haben Face-to-Face, können uns hier hinsetzen. Hallo. Ein riesen... Alles drin. Wahnsinn. Ein riesen Kleiderschrank. Guck mal hin. Ganz krass, wie im Wohnwagen hast du einen Kleiderschrank mit drin. Du hast richtig Platz. Du kannst fast drin tanzen. Das ist wirklich so. Ein ganz, ganz toller Grund ist. Und ich habe so das Gefühl, die Möbelqualität, das ist alles nochmal verklebt zusätzlich. Du hast hier innen nochmal, siehst du, Fugen aus Silikon mit drin, die da sind. Kleines Fensterchen mit dabei. Dann ist hier, ja, ich fasse es nicht. Ja, das hier ist eine Dieselstandheizung hier mit drin. Die kommen aus Russland, die Planar 4. Und das ist wirklich eine unkaputtbare Standheizung, die du hast, ja, die sich direkt das Ganze aus dem Diesel-Tank zieht. Dann Staufächer mit ordentlichen Scharnieren. Also kein Spielzeug. 29.990 Euro. Kochfeld. Fliegenschutzgitter. Gut, jetzt sind hier natürlich einige Extras mit drin. So, zwei Flammen Kochfeld hier mit dabei. Jede Menge Staufächer nochmal mit drin. Ja, und was ganz wichtig ist, du hast tagsüber auch noch richtig Platz in dem Auto, dadurch, dass die Sitzgruppe hier drunter ist, wo du dich einfach reinsetzen kannst. Und natürlich auf 5,40 Meter, da kann man keine Wunder warten, aber es geht. Und das ziehst du einfach aus. Du kannst diesen Lattenrost einfach zu dir ziehen. Und dann wird er nochmal größer. Siehst du? Ein Teleskop-Lattenrost, sodass du binnen weniger Minuten das Ganze einfach ausbauen kannst. Dann kannst du das Bett auch machen. Ja, großes Bett da machen kannst. Also einfach umschlagen. Dann ist das Bett groß. Und am nächsten Tag kannst du es einfach reindrücken. Und dann hast du ein riesengroßes Bett zum Liegen. Also man will dir auch hier keinen Platz verschenken, der da ist. So, bitte einmal drauf kurz, dass wir das mal sehen. Das ist ein riesen Querbett. Ich weiß noch nicht, ob... Ja, nee, dort nicht. Ganz kurz mal gerade, aber ist okay. Ich sehe es, bevor wir jetzt das Auto zerlegen. Ja, okay. Aber ein riesen Bett. So, mal schnell nochmal zurückbauen. Salzfenster an der Seite. Also keine Ahnung, was sie vorhaben, aber bei diesem 30.000 Euro Angebot, da werden die Leute wahrscheinlich am Ok. Das haben wir schon gehabt. Ja, obendrüber noch eine große, großes Fach. Haben wir eben schon gehabt. Ja, das sind wir durch. 5,40 Meter. Die haben noch mehr so Autos hier stehen. Das ist mir eben schon mal aufgefallen. Wir gehen mal kurz raus. Das ist nämlich recht rumlagert. Sunny heißt das Ganze. Auf Basis Citroën mit 3,3 Tonnen. Sunny. So, man kann das... So, ich gucke mal gerade, was jetzt alles extra hier drin ist. Also, das Fahrzeug hat ja noch Fahrhausverdunklungen. Lamellentür im Bad. Oberer Schrankplacken weiß. Badfenster und Transport und Papiere. Also 32.690. Aber das ist ja mal ein Kampfangebot. Komm, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Gucken wir uns mal an, ob da noch irgendwelche anderen Sachen dabei sind. Die Lampen sind wahrscheinlich auch dabei. Die Räder auch. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Jetzt wäre sie nicht am Wagen dran. Hier. Das ist übrigens die Kassettentoilette. Die ist wahrscheinlich abgeschlossen. Das ist AdBlue. Und das ist AdBlue und Diesel Tank mit drin. Ja, gut. Ja, ist ein Nutzfahrzeug, was natürlich alle... Alle, ich sage mal, das Ding kriegst du nicht kaputt. Das ist top für das Geld. Auch sehr leise. Dann die Innenverkleidung auch ordentlich. Gutes Verdunklungssystem. Ich gucke mal gerade, das ist hier schon mit drin jetzt hier. Das heißt, die Fahrhausverdunklung, die du hier mit drin hast, wird es mal scheinen. Die machst du hier einfach auf. Hast dann die Möglichkeit, dass... Genau, wie ein Fächer geht das dann auf. Und das Gleiche hast du denn hier vorne. Das kannst du einfach hochziehen. Ja, relativ schnell. Du kannst jetzt hier bei dem Grundriss, ist der Fahrersitz jetzt nicht zum Drehen. Aber das brauchst du gar nicht, weil du ja hinten die Sitzgruppe hast. Ja, genau. Und da hast du den Beifahrersitz zum Drehen. Ja, notwendig gesehen. Und hinten hast du... Hast du den Stauraum gesehen? Ja, den was? Den Stauraum. Wow. Fahrräder kannst du mitnehmen. Ordentlich viel Platz. Das ist übrigens die Türverkleidung. Wenn du mal gerade... Bitte die... Nee, erst mal links die Tür schließt. Genau, die mal zumachst. Können wir gerade hören, wie es klingt. Ja, auch noch richtig klack. Nicht klong. Und noch mal auf und zu. Und noch mal richtig fest. Ist das schön. Ist krass. Das ist auch so klang. Ist es ordentlich gedämmt. Sehr schön. Ja, hartes Angebot. Auf Citroën Jampa. Sunny. Das fühlt, ey. Das zieht die Leute ja magisch an. Ab 29.990 Euro. Inklusive Cleaner-Anlage. Die Pössl Group. Am Stand heute, am 3. September 2021. Auf der Suche nach dem günstigsten Kastenwagen der Welt. Ich glaube, wir haben ihn fast gefunden, oder? Ich gehe schwer davon aus, ja. Tschüss. Schön, Dorn.